Brauche ich denn dafür? Hm, finden wir dann heraus. Genau, als bei noch diese Turbinen Flux und... Flux und Controller. Da habe ich jetzt natürlich schon Gläser hingebaut. Nein. Flux und Controller. Und dann habe ich da auch schon Glas hingebaut. Ach nee, Quatsch, hier. Einmal Flux und einmal Controller. Na, das passt jetzt nicht. Dachchen. Nee, ich kann grad nicht. Aber lasst mich doch da jetzt mal kurz was hinstellen. Flux und Controller. Ist das so? Die zwei noch umdrehen. Controller. Flux. Jawohl. Dann habe ich noch zweimal Glas. Zweimal Glas passt wunderbar noch hier hin. So, und jetzt brauche ich noch... ...hier diesen Aquarius-Akkumulator. ...hier diesen Aquarius-Akkumulator. Hier. Ich will dann aber gern eins runter machen. So. So. Damit ich da wieder Erde drauf machen kann. So. So. Dann hole ich den mal. Dann mache ich den mal auch mit diesen... ...ähm... Mit diesen... ...diesen... Na, wie heißen sie denn? Flux. 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 Ich weiß nicht, wie man die ausspricht. Flux. Flux. Kann es wirklich sein? Ah. Klingt alles falsch. Flux. Okay. Wir... ...Aquius. Aquius. Aquius. Da haben wir doch unten noch einen, oder? Ich habe doch den... ...Anführungszeichen kaputt hin. Aquius Akkumulator da unten hingestellt. Dann nehmen wir den doch einfach. Da ist er. Lülülülö. Und ich brauche dafür noch Personen... ...un coolant Port an meinem Reaktor. Dann machen wir da einen coolant Port noch hin. Und ich brauche auch drei mal Wasser. Hätte ich jetzt eigentlich auch unten holen können, ne? Aber ich habe drüben auch genug Wasser. den hammer und dann das wasser genau dabei noch die flüte die heißen gott super lamina flüte kacke was sind jetzt willst du mich verarschen geht doch einfach nur fuß quads fuß quads doch einfach nur nether quads geschmolzen warte quads da guck mal ich gehe mal mit denen mit den blöcken hier und hau die mal kurz da unten rein dann sollte ich doch eigentlich an sich brauche ich ja nicht viel ich brauche dafür auch also ich hätte dafür gerne einen sichtschutz halt weißen die denn die da halt so verkabeln machst ach da fehlt doch sowas habe ich 60 davon ich habe jetzt echt nur drei ich habe nicht mehr gemacht drei sollten aber reichen würde das gym beam lied warte ich habe doch hier noch nie da das da kabel für seht habe ich sowas ne was sind denn kabel enkels das habe ich bestimmt auch nicht ich glaube ich habe alles was ich will machen ach da sind wir ich höre ihn gar nicht sterben mehr das verstummt anscheinend doch wenn man weiter weg ist so die du gehst dann hier rein dafür brauche ich ja ja ne 1 2 3 dann machen wir doch mal 1 2 3 da müsste jetzt wasser drin sein ja und dann machen wir hier doch 1 2 3 warum schaut ihr denn jetzt anders aus geht das nein das geht nicht vielleicht brauche ich da den mit dem mit dem loch in der in der mitte wer weiß aber auf jeden fall haben wir jetzt wasser in unserem also wenn der reaktor geht dann fließt auch wasser durch aber theoretisch haben wir wasser zwei eimer brauche ich ja noch ne das geht nicht wenn ich die wenn ich die will kann ich da dann einfach ne aber wie kann ich das dann machen egal dann funktioniert das halt nicht schade genau der quars kann da rein jetzt aber runter schauen ob wir das haben die zwei eimer voll und dann pack ich die auch noch mal in den reaktor rüber na da da ich glaube wir haben bestimmt oh das sieht schaut schlecht aus doch haben wir oh mein gott ich habe mich getäuscht ich weiß gar nicht warum ich eigentlich immer ne ne okay ich weiß warum weil das hart nervig ist da das loch zu treffen ok dann gehen wir halt den alten weg ich habe schon wieder hunger aber vielleicht habe ich auch gleich wieder energie dafür das ist ganz toll dass wir eine riesengroße küche haben wenn die küche keinen strom hat so also einmal hier und einmal hier damit haben wir das kühlungssystem komplett fertig und wir können den reaktor zu machen funktioniert doch nicht wirklich weil wenn ich den jetzt aktiviere ja genau das ist halt dampf der rauskommt energy buffer produziere ich denn irgendwas schon ne wahrscheinlich weil ich die wenn die turbinen noch aus sind wahrscheinlich darf ich die nicht angeschlossen haben was jetzt schlecht wäre das heißt ich müsste auf das ludicry warten ich dachte wir kriegen davor schon schade ja dann müssen wir ja fast auch die hier schon anschließen das kann da nicht durch damit und dann führen wir das da drumherum die vielleicht ist der flugsdinger doch da besser aufgehoben so einmal flugs und einmal turbinending okay dann müssen wir doch auf unser ludicry warten was schlechtes das ist ich habe erst neun ich brauche 80 sind 24 32 davon das ist viel übrigens falls euch das nicht bewusst war das ist viel aber ich hätte doch jetzt so gerne ein reaktor ich weiß nicht ob ich die coolen ports abbaue das dann weg geht aber jetzt nehme ich erstmal die nether sterne mit die da schon drin vier stück immerhin kann ich die nether stars eigentlich nicht das da kann man es gab mal eine mod dafür dass man die herstellen konnte naja gab es mal bei der 17 10 das weiß ich gar nicht diese vegetarier mod und die geht hier nicht richtig kacke ist die ab ins bett irgendwann irgendwann kriegen wir hin dafür haben jetzt aber hier noch mal immerhin vier immerhin vier nether stars für ich habe auch kein emerald mehr wo kriege ich denn emerald jetzt her na schön aha toll ist mir halt gar nichts shipping bin vielleicht kriege ich in der shipping bin ein bisschen was dafür ne die bringt mir halt auch nicht viel ne weil ich dafür halt einfach keine energie hab sonst würde ich die ja nehmen aber die hat halt leider keine energie okay dann müssen wir es doch ausprobieren ob wir wenn wir die sachen diese coolen ports abbauen ob wir dann natürlich nicht mehr ob wir dann reaktor haben erst mal kurz essen nur ein bisschen warum ist da eine flieder maus und wo bist du denn gekommen wenn wir den reaktor schon mal hätten dann hätten wir schon mal ein kleines problem gelöst dass wir ja leider haben sagen wir mal weg so irgendwie nicht muss ich die da auch noch weg machen weiß es nicht aber ja es ist kalt ich weiß sollte vielleicht nicht nochmal machen in anbetracht der tatsache dass ich kein essen habe ich habe leider nicht alle aufsammeln können da sind immer noch worte und steam aber warum produziere ich denn nichts ich verstehe ich verstehe ich verstehe da kommt dann auch nichts an und genau hauft und fluid output aber warum die warte mal was denn oh entschuldigung das war mein schlaues buch so den alten reaktion nicht erweitern ja genau das habe ich doch hier ach ich darf kein wasser einführen dann müsste es einmal weg und klicke ich jetzt energie doch jetzt oh mein gott ich habe energie holy shit gehen wir mal zurück schauen ob zu hause alles läuft es du 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 Untertitelung des ZDF, 2020